Dienststellen der Ministerien befinden sich nicht in der Hauptstadt. Wer in Österreich umzieht, der zieht eigentlich immer nach Wien, oder wenigstens in seinen Speckgürtel. Und während der Ballungsraum wächst, werden andere Regionen aufgegeben. Die öffentliche Hand zieht sich seit Ende der 1990er Jahre immer mehr aus der Provinz zurück, auf die Strukturschwäche mancher Gebiete wurde mit Rationalisierung geantwortet, Postämter geschlossen und Bezirksgerichte zusammengelegt. Höher qualifizierte Jobs wanderten ab. Ganze Landstriche wurden mehr oder weniger sich selbst überlassen. Das gilt in Österreich wie in Teilen Ostdeutschlands oder Frankreichs. Kein Bemühen, beide Welten zusammenzuführen, um zu sehen, was das politisch bedeutet, braucht man nur die Wahlergebnisse der vergangenen Bundespräsidentenwahlen zu betrachten, wo die Abwanderung zuschlägt und Männer in der Überzahl sind, gewann Norbert Hofer, der Kandidat der rechtspopulistischen FPÖ. Und in den Ballungsregionen, wo Österreich wächst, gewann Alexander van der Bellen, vor allem in Wien. Für die ÖVP ist das eine gute Ausgangslage. In Wien wird kein Sensationserfolg möglich sein. In den Ländern, die sich über die Jahre hinweg auch immer mehr von der Volkspartei vernachlässigt gefühlt haben, dafür eher. Nicht umsonst wurde vom Landwirtschaftsministerium kurz vor dem Sommer noch eine Heimatinitiative vorgestellt. Die Verwaltung soll dezentraler und auch in der Provinz angesiedelt werden. Die Kluft zwischen Stadt und Land wurde in Österreich in den vergangenen Jahren nicht kleiner, im Gegenteil. Es wäre zu einfach, den Konflikt als Gegensatz zwischen liberal, weltoffen und konservativ-national zu beschreiben. Und doch gibt es von keiner Seite ein Bemühen, die beiden Welten zusammenzuführen. Wien und Österreich werden sich noch lange fremd bleiben. Wien und Österreich werden sich noch lange fremd bleiben.